So ihr Lieben, ich möchte euch ganz kurz über die für mich am herausstechendsten Updates in Camtasia 2021 informieren. Du siehst, ich habe mir hier die neueste Version heruntergeladen und ich habe direkt mal so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, habe ein paar coole neue Sachen gefunden. Eine Sache vermisse ich nach wie vor, aber dazu komme ich gleich. Ich bin jetzt hier direkt im Backend, das heißt in der Bearbeitungsvariante von Camtasia 2021 und du siehst, es hat sich im Grunde genommen optisch gesehen zu dem Vorgänger, zu der Vorgängerversion nichts geändert. Also der Aufbau ist genau identisch. Ich habe links meine Shortcuts, wo ich halt hingehen kann, was ich gerade machen möchte. Ich habe in der Mitte den großen Vorschaubildschirm, rechts dann nochmal die Eigenschaften zu dem jeweiligen Element, was ich angeklickt habe und hier unten meine Timeline. Aber was auf jeden Fall auffällt, ist, wenn ich beispielsweise auf Übergangseffekte gehe, dass hier unglaublich viel hinzugekommen ist. Also das fand ich bei Camtasia in der Regel immer oder in der Vergangenheit immer echt blöd, weil es war einfach viel zu wenig an Möglichkeiten da und jetzt siehst du, ich kann hier einfach tolle Effekte draufziehen und das finde ich also für mich wirklich cool und nach wie vor, ich kann es auch hier wieder zurückklicken. Also ich kann mich hier wirklich austoben, meiner Kreativität sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt. Was ich auch toll finde, ist bei den Audioeffekten, dass ich hier etwas hervorheben kann. Wofür brauche ich das? Ich habe zum Beispiel ein Video, wo ich ein Voice-Over habe, also wo ich etwas kommentiere, etwas erkläre und ich möchte im Hintergrund Musik haben, also wirklich im Hintergrund. Dann war das bislang in Camtasia relativ aufwendig, die Musik so einzustellen, so zu justieren, dass im Vordergrund wirklich der gesprochene Text war. Und jetzt habe ich hier dieses Feature hervorheben, in anderen Softwarelösungen gibt es das schon länger und dieses hervorheben ziehe ich dann auf die Ebene, die eben lauter sein soll als das andere. Also auf die Ebene, wo der Kommentar ist, da ziehe ich das jetzt drauf und auf der Spur da drunter ist dann die Musik und dann passt sich das automatisch an und man kann das wirklich gut gebrauchen und muss nicht mehr wirklich viel nachjustieren. Das finde ich halt toll. Was ich bei den Audioeffekten nach wie vor ein bisschen vermisse, ist, dass ich keine Audiofilter drauf packen kann. Also keine Elemente, wie ich sie in ScreenFlow, in Adobe Premiere oder in anderen Videoschnittprogrammen habe, dass ich halt auf das Audio, ähnlich wie ich das bei dem Video, das zeige ich dir gleich, da kann ich Latze jetzt drauf packen, gibt es ja auch Audioprofile, die ich mir erstellen kann und das kann man halt in anderen Softwarelösungen direkt auf die Audiospur ziehen. Das vermisse ich jetzt hier noch so ein bisschen, zumal ja auch immer dominanter wird oder immer mehr in den Vordergrund tritt, dass bei einem Video der Ton mit das entscheidende Element ist. Aber vielleicht bessern sie da demnächst noch nach. Aber was man hier auf jeden Fall machen kann, jetzt gehe ich mal auf die visuellen Effekte und das habe ich gerade angesprochen, ich kann hier Farb-Lookup-Table, sogenannte LUTs, verwenden. So, jetzt ziehe ich das hier einfach mal drüber und du siehst, so sieht das Bild normal aus. Jetzt habe ich hier so ein standardmäßiges LUT mit da drin, ich kann also damit direkt was, also die Optik verändern. Ich mache das sehr gerne bei meinen Videos, dass ich halt einen ganz bestimmten Look habe und was ich jetzt richtig toll finde, ich kann hier auch eigene hochladen. Ich habe hier schon mal so ein paar zum Vergleich hochgeladen, aber du siehst hier, ich kann hier auch LUT-Dateien importieren. Ich kann sie also so importieren, wie ich sie brauche. Und das Schöne ist, ich kann mit jeder Bildbearbeitungssoftware, kann ich mir ein sogenanntes LUT erstellen, indem ich halt angebe, wie dunkel soll es sein, wie hell soll es sein, wie viel Kontrast soll da sein, wie stark soll blau oder gelb sein und so weiter und so fort. Wenn dich das interessiert, kommentiere es doch gerne mal, dann mache ich mal so einen kurzen Kurs dazu oder so ein kurzes Video dazu, wie ich mir eigene LUTs erstelle. Und ich finde das eine richtig tolle Sache. Und was du jetzt hier auch auf jeden Fall auf der rechten Seite direkt siehst, ich habe hier die einzelnen Dinge, die ich halt angeklickt habe, die kann ich jetzt von hier aus direkt verändern. In der Vergangenheit war es so, ich musste dann hier wirklich immer auf das einzelne Element gehen und gucken, aha, welchen Effekt habe ich denn da hinzugefügt. Wenn ich jetzt hier noch mehr Effekte hinzufüge, mache ich jetzt mal nochmal einen Schatten mit da drauf, dann siehst du, dass jetzt hier mein LUT kann ich hier anklicken oder auch wieder ausklicken und genauso den Schatten von dem Video, wenn ich denn jetzt hier ein Video, wenn ich das jetzt kleiner hätte als der Rahmen, dann könnte ich jetzt hier den Schatten einstellen. Ich mache das Ganze jetzt mal rot und mache einen Versatz. So, und jetzt siehst du hier dieser Schatten, der jetzt hier entstanden ist. Den könnte ich jetzt hier so lassen oder ich könnte den jetzt auch an eine andere Stelle legen. Ich kann den hier oben hin. Das sind einfach so coole Sachen, die sind jetzt so kleine Spielereien, die aber das Arbeiten wirklich einfacher machen, den Workflow einfacher machen und ich muss nicht mehr verschiedene Softwarelösungen haben, um an einem Video wirklich das zu erarbeiten, was ich gerne möchte. Das sind so für mich die drei größten Highlights, also die Übergänge, die jetzt da sind. Ich kann meine LUTs verwenden. Ich habe das mit der Musik. Und dann gibt es noch einen anderen, ja, viel visuellen Effekt. Das ist dieses Motion Blur, also verwischte Bewegung. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel etwas Animiertes hineinfallen lassen würde, war das bisher immer sehr hartkantig. Und jetzt habe ich durch dieses Motion Blur, du siehst das ja auch in der Vorschau, habe ich das so ein bisschen ausgefranst und dadurch wirkt es wesentlich natürlicher, als wenn ich einfach da nur einen Ball runterfallen lasse. Ich habe dieses Gefühl, da ist wirklich Bewegung drin. Also Camtasia hat sich jetzt hier wirklich ins Zeug gelegt und ich finde es halt richtig cool und ein Feature, was ich jetzt durch Zufall entdeckt habe, was es aber vorher auch schon in 2020 gab, zumindest für uns Apple-User. Wenn du ein Windows-User bist, du kannst natürlich Camtasia auch nutzen. Das ist ja unabhängig von dem Betriebssystem. Aber ich weiß, da sieht es ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ob ihr alle Features auch drin habt. Aber ich habe ja in der Vergangenheit immer gesagt, wenn ich ein animiertes Overlay machen will, dann muss ich das in Camtasia machen, in Canva machen, muss das als PNG beziehungsweise im MOV speichern. Ich muss den transparenten Hintergrund, ich muss das in Final Cut machen oder in welchem Programm auch immer. In Camtasia kann ich das jetzt auch und zwar, oder konnte ich schon, ich habe es noch nicht gewusst, dass es geht. Dazu gehst du auf Exportieren, sagst Lokale Datei und dann geht ja hier dieses Fenster auf und dann gehst du hier hinten auf Optionen und wählst bei Kompressionstyp Apple ProRes 4444 aus. Das ist das Format, wenn ich zum Beispiel ein animiertes Overlay in Keynote erstelle, das wähle ich dann da auch aus oder auch im Final Cut, damit ich diesen Transparenz-Hintergrund habe. Also wenn ich mir zum Beispiel einen Button erstellen möchte oder einen Text, der hineinfließt, aber der eben nur auf einem bestimmten Teil des Bildes sein soll, der Rest soll transparent sein, dann kann ich das hiermit machen. Also liebe Windows-User, wenn du Windows-User bist, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das bei euch macht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob Camtasia da auch eine entsprechende Lösung für euch anbietet. Gut, das nun mal so als kurzes Update zu Camtasia 2021. Ich werde am Wochenende nochmal ein tiefergehendes Video dazu machen und nächste Woche posten. Lasst es mich gerne wissen, welches Feature euch am besten gefällt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.